Ja, hoi meine Freunde von heute! Willkommen zu einer weiteren Folge Poi! Wir haben bisher 20 Media-Jongs gesammelt und haben ein neues Level freigeschaltet und dieses werden wir uns heute angucken. Viel Spaß! Eimerhelm Girl ist zurück! Und Eimerhelm Girl will zu den sinkenden Senden, Leute! Da gehen wir heute hin. Den sinkenden Sende. Sinkenden Sande. Ist Sande wirklich richtig? Ich weiß es nicht. Erklimmern des Glockenturms. Wieder mal sind 5, in Zahlen 5, Media-Jongs unser Ziel. Dann haben wir theoretisch ein Viertel des Spiels abgeschlossen, ne? Um den Dreh. Oh, wie cool! Die haben ja Helme auf, äh, Hüte auf. Also Helm und Hüte. Schick, schick. Das ist neu. Willkommen in sinkenden Sander, Hon! Mann! Ich wünsche dir einen schönen Aufenthalt und halte dich bitte vom Dress entfernen! Okay. Äh, erstmal natürlich wollen wir von dir ein schönes Foto haben. Guck mal hierhin bitte. Macha Cheese! Hi! Was? Warum bist du gesprungen? Anstatt ein Foto zu machen. Grüne Lady! Ein freundliches, die Wüste liebendes Kaktusvolk. Ah ja. Grüne Lady. Schöner Name. Na du da unten. Du und deine gewalttätigen Attentaten werden bei mir keine Chance finden. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Es sieht aber auch wiederum, äh, wie... Na, wobei der Brunnen ist neu, ne? Der Brunnen kommt mir neu vor. Okay, die Dame war schon immer hier am Anfang. Das weiß ich noch. Alter Zug Sally. Okay. Der trägt keinen Hut. Warum trägt der keinen Hut? Der trägt einen Hut. Yeah, man. Der ist cool. Warum trägt der andere keinen Hut? Und wir müssen oben auf den Glockenturm. Ah, was willst du mir sagen? Gefahr! Vorsicht vor sinkenden Plattformen. Ah, okay. Ah, da kann man nicht hoch. Aber, ihr habt Maser vergessen. Der... Sich einfach hier rumglitscht. Okay. Ich wollte eigentlich am Rand hochspringen. Aber gut. Dann eben so. So, mal drei Münzis einsammeln. Stimmt, wir müssen eigentlich diesen Buckethead noch fotografieren, ne? Eimerschädel. Der Eimer ist ein Symbol der Dankbarkeit für all ihre schwer arbeitenden Vorfahren. Ah, okay. Diese alte Glocke läutet stets laut und klar, Hon. Doch seit dem schrecklichen Sturm läutet sie nicht mehr. Jetzt ist sie so schmutzig, dass ich nicht sicher bin, ob sie je wieder läuten wird. Falls sie eine Möglichkeit findet, sie den Dreck abzuwaschen, bin ich sicher, dass sie wieder laut und klar läuten wird. Achso, wir müssen den Dreck abwaschen. Wo haben wir denn Wasser? Ich meinte vorhin, da oben. Wasser gesehen zu haben. Das hat der Typ gut gemacht. Er hat mich in das scheiß Teil reingeworfen. Uncool. Okay, wir müssen da oben an, ähm, an, an, wie heißt es jetzt, ähm, an den Wasserschlauch, der da rumschließt. Die Frage ist, wie machen wir das? Das haben wir schon wieder so ein komisches Symbol. Die hatten in der Early Access Version keinen wirklichen Nutzen. Ich weiß nicht, ob sich das hier ändern wird. Mir fallen sie nur immer wieder auf. Okay, da ist der Wassereimer. Wie kommen wir denn da jetzt dran? Das Spiel sagt eigentlich, wir sollen das Seil nehmen und darüber gehen, aber für einen Maser, der ja kein Problem hat mit dem Doppelsprung, können wir... Das war böse. Ich habe ich nicht gesehen. Für einen Maser, der einen Doppelsprung beherrscht, können wir das auch so machen. Wuii! So dreckig sieht die aber wiederum nicht aus. Aber unsere Belohnung folgt schon. Und diesmal taucht sie nicht einfach auf. Sie fällt aus der Glocke raus. Natürlich. Wir haben noch ein Herz. Nein, nein, nein. Ich will gar nicht mit dir reden. Okay, der Moorwurf, der hätte mir vielleicht ein Problem machen können. Aber wir sind ja schon drin. Wir sind ja schon... Weg nach... Ach doch, oh geht's. Ich wollte gerade sagen, wir gehen wieder runter. Hä? Wäre, glaube ich, nicht richtig gewesen. Wäre um Längen nicht richtig gewesen. Ich mag die Musik hier. Die hat was. So Wüstenmäßiges auf jeden Fall. Medaillon eingesammelt. Erklimmen des Glockenturms. In 3 Minuten und 40 Sekunden. Ich mag die Zeiten hier. Finde ich cool, dass man so einen Blick hat, wie lange man für etwas gebraucht hat. Das ist echt cool gemacht. Gefällt mir. Die alte Sally starten. Ach. Okay, schön. Gut, dass sie das zeigen. Ich hätte mich gedacht, wir müssen einfach nur die alte Sally starten. Aber wir müssen dann wohl das Medaillon sammeln. Ist gut. Ist sehr gut. So, hallo Moorwurf. Lass mich bitte in Ruhe. Ja, ich weiß, du hast mich gesehen. Cool von dir. Kein Interesse zeigen. Ist auch cool. Au. Stacheln. Uncool. Gab sich hier irgendwo... Dings, äh... Schalter? Die Schalter sind weg. Okay, Schalter starten die alte Sally wohl nicht. Willkommen in Sandstadt. Okay, das ist nett. Schalter starten die alte Sally wohl nicht. Das ist gut zu wissen. Aber auch ein bisschen ärgerlich. Ein verborgener Schatz befindet sich hinter dem großen Sandfall. Ach, das ist aber lieb gesagt. Dankeschön. Also da. Gucken wir einfach mal, ob da wirklich was hinter ist. Ist das der große Sandfall? Ich weiß es nicht. Ohne Münze. Jungs, das ist der große Schatz. Jungs, können wir auch da hoch, ne? Dankeschön. Au, Mann! Diese verdammten Mordwürfe sind so nervig, ne? Ich hasse die Viecher. Die haben sich seit der Early Exits einfach nicht geändert. Die Drecksbiester, ey. Wo ist das? Die geht da vorne. Okay. Kann ich irgendwas wissen? Ich habe gehört, diese Stadt sucht nach einem Mechaniker, der ihr dabei hilft, diesen alten Zug zu reparieren. Leider habe ich nicht alle Werkzeuge, die ich brauche, um ihn zu reparieren. Könntest du in der nahegelegenen Stadt nach drei Werkzeugen suchen, um mir zu helfen? Danke, Kleiner. Okay, wir suchen in der nahegelegenen Stadt nach drei Werkzeugen. Die jetzt gerade aufgetaucht sind. Okay, Eventszeug. Denn da oben war vorhin noch kein Hammer. Zugwerkzeug gefunden. Ein Hammer. An der Stelle, das ist nicht unbedingt ein Zugwerkzeug, aber gut. Eine Spitzhacke ist noch weniger in... Ach, egal. Ist aber nett gemacht. An der Stelle mal erwähnt. Und eine Taschenlampe. Du hast das letzte Werkzeug gefunden. Komm zu mir und ich werde diesen Zug in Handumdrehen wieder zum Laufen bringen. An der Stelle mal erwähnt. Und was hat eine Taschen... Wie kann man mit einer... Wie kann man mit einer Hammer eine Spitzhacke und... Ich weiß es nicht. Aber gut. Ja, geh du mal ab mit deiner Baskenmütze oder was du auch immer auf dem Kopf hast. Danke. Das sind die Werkzeuge, die ich brauche. Denn mit einem Hammer kann ich die Räder wieder rund machen. Mit der Spitzhacke die Reifen aufpumpen. Und mit der Taschenlampe vorne am Zug das Licht anmachen. Das sollte nur eine Sekunde dauern. Oder fährt er los? Nein, 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 nein So, die alte Sally starten. In einer ähnlichen Zeit wie das erste. Der erste Auftrag. Läuft, glaube ich, gerade ziemlich gut. Sammle die sieben Schlüssel. Das könnte schon ein bisschen nerviger werden. Weil die da oben drauf waren. Oh mein Gott, ich entsinne mich. Das war ein bisschen problematisch. Nicht nur problematisch, sondern ein bisschen nervig. Und jetzt ist es auch noch Nacht geworden. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Und Leute, wisst ihr, was wir machen? Wir sammeln nicht nur die sieben Schlüssel. Wir sammeln auch gleichzeitig die 100 Münzen. Ah, ist das ein Vorschlag? Ja, natürlich ist das ein Vorschlag. Ich werde so diesen verkackten Maulwürfen hier aus dem Weg gehen. So, Kaktus nicht berühren. Kaktus tut Aua. Glaube ich auf jeden Fall, dass das so war. Ich möchte hier oben an die Leiter dran. Hallo. Maulwürfen will an die Leiter dran kommen. Als ob man nicht an die Leiter kommt. Als ob man nicht an die Leiter kommt. Machen wir es halt so. Dankeschön. Und da hoch. Dankeschön. So. Dann machen wir mal kurz den Eimer-Typen-Platz. Dankeschön. Das Problem, was wir haben, wenn wir getroffen werden, müssen wir die Münzen unbedingt einsammeln. Das ist sehr wichtig. Okay, da drüben ist ein Ei. Stimmt, das war ja auch damals schon wichtig, ne? Ei des legendären Sandvogels. An der Stelle habe ich mal gerade erwähnt, mein zweiter Sprung war weg. Wo auch immer der hin war. Gefällt mir nicht, wenn der zweite Sprung weg ist. Ist uncool. Das ist ein mir zurechtgegebener zweiter Sprung. Jetzt wollen es zurechtgegeben. Hätte ich diesen zweiten Sprung jemals verdient. Dankeschön. Für die fünf Objekte da. Undichter Wasserturm. Was sagt mir das jetzt, dass er undicht ist? Dass ich das wissen muss? Ich weiß es nicht. Ist uninteressant. Interessiert mich nicht. Ist ja nicht mein Wasserturm, der undicht ist. Der Sender da oben ist, glaube ich, neu. Der fällt mir jetzt gerade mal so auf. Wohne ich auch hier irgendwo eine Lore rum? Wie zum Beispiel die da. Ah, hier ist ein Checkpoint. Sehr schön. Gut, ich hoffe mal, da war nix. Da war die Lore. Können wir da irgendwie drauf? So, ist zwar wieder ein bisschen rumgeglitscht, aber unendliche Lore. Kann ich TNT auch rein? Genau, TNT. Oh Gott! Explodiert das? Ich habe es ticken gehört, deswegen. Es tickt. Es macht einen doch schon ein bisschen Kummer, wenn es auf einmal tickt. Wow. Hä? Er ist unsichtbar! Genau! Hex! Hex! Seh ich nicht ein. Das ist geschummelt. Das ist geschummelt. Superpilze? Okay. Das war definitiv geschummelt. Hättet ihr mir sagen, was ihr wollt. So. Die normalen Kakteen vorbei. Die machen nämlich Schaden. Ich mag es, wenn ich Münzen einsammle, die am Ende keinen Sinn ergeben, weil ich sie wieder verliere. Das ist ein Fortschritt, den ich liebe. Da unten ist der Typ. Da ist noch so eine Schlange. Kriegen wir wenigstens Energie wieder. Oh Gott, die Schlange habe ich gerade voll übersehen. Da habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Ich habe gerade vergessen, was wir eigentlich machen sollten. Ich glaube, die sieben Schlüssel finden, ne? So, auf jeden Fall haben wir schon mal genügend, um das Medaillon zu kaufen. Ist schon mal sehr praktisch. Gibt her, das gute Stück. Dankeschön. So, vier Minuten. 23 ist okay. Ist auch eine große Aufgabe. Jetzt klettern wir eigentlich nur nach oben und sammeln die sieben Schlüssel. Das sollte eigentlich viel schneller gehen. Ich glaube, ich habe hier noch kein Zahnrad gesammelt, ne? Das ist irgendwie... Oh, das ist ein Stacheln! Darf ich mir mal was sagen? Mir gefallen diese Balken hier nicht. Soweit ich mich entsinne, wackelt das Teil sogar mit in die Richtung, in die wir gehen. Aber ich glaube, die Balken sind dicker geworden, ne? Ich habe so ein Gefühl, die sind dicker geworden. Ich bin froh, dass wir uns die Bienen in Ruhe lassen. Ich glaube, die sind einfach nur so ein bisschen als Ärgernis gedacht, dass man ein bisschen vorsichtiger hier spielt. Dass man ein bisschen Angst kriegt. Okay. Wir müssen es wagen. Wir haben es geschafft. Okay, wir müssen es einfach nochmal wagen, weil ich ein risky Typ bin. Dankeschön. Wir müssen es eigentlich nicht wagen, weil hier links ist noch ein weiterer Schlüssel. Ach, Mensch, Alter. Da wagt man es und muss trotzdem zurückgehen. Ach, guck mal, da oben ist sogar die Rakete. Was macht die denn hier? Diese Uhr da, die im Hintergrund sich bewegt. Das ist cool. Och, wie lieb. Mitten über dem Treibstand. Natürlich. Da freut man sich doch. Oh Gott. Nicht automatisch gehen. Oh, guck mal, es ist 8 Uhr geworden. Oder 7 Uhr. Ich weiß es nicht. Das war ein ziemlich riskanter Sprung. Ein ziemlich gewagter Sprung. Aber es hat ja geklappt. Da bin ich zufrieden. So, sammle die 7 Schlüssel. Kriegen 3 weitere Münzen. Weil wir haben ja 100 Münzen eingesammelt. Und abgegeben. Hey, Junge. Ich habe noch ein paar Herausforderungen-Level für dich freigeschaltet. Diese Level sind noch schwieriger als die letzten. Schau sie dir mal an und versuche es. Ja, jetzt gerade nicht. Einmal Helm Lady muss noch ein weiteres Medaillon holen. Auch wenn wir damit Erlangen kriegen. Aber das möchte ich gerne in einem gesanderten Part machen. Das Herz der Sandgrube. Ach lol. Da geht auf einmal das Tor auf, oder wie? Und da unten steht der Typ. Ist jetzt einfach das Tor aufgegangen? Ernsthaft? Sollten wir mal überlegen, wie viele Münzen ich brauche demnächst. Es gibt nicht mehr viel Level zu machen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Münzen. Da sollten wir auch auf jeden Fall darauf achten, dass wir nicht zu wenig Münzen haben am Ende. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Hey! Wie hat er mich denn getroffen? Ich verstehe manchmal nicht, wie wir mich treffen. Und der Magnet ist auch an der Stelle erwähnt. Wenn ich einmal getroffen wurde, sind die... Ich weiß nicht, warum die Münzen auf einmal weg sind. Aber... Also nicht weg sind, aber... Unnötig sind. Aber... Ja. Äh? Müsste man nicht theoretisch das Teil hier bewegen? Eigentlich ja, ne? Uh, ich habe den ganzen Tag hier herumgegraben. Ich habe gerade die Ausgrabung dieses merkwürdigen Artefakts abgeschlossen. Schade, dass ich hier scheinbar nicht bewegen kann. Findest du vielleicht etwas heraus? Drücken. Kann ich es jetzt bewegen? Wenn du es dich... Wow! Da war was. Ich habe was gerade gesehen. Wo war es? Wo war es? Vergessene Erinnerungen. Och, wie cool. Ein kleines Reiseziel. Okay, wir müssen den Sandturm ein bisschen bewegen. Das Teil bewegt sich nicht zurück, wenn ich das aktiv habe, ne? So, so ist es etwa bündig. Gut, es muss nicht unbedingt bündig sein. Da bin ich echt zufrieden. Stellt euch mal vor, wir müssen das echt bündig machen. Das wäre ja Ewigkeiten. Ja, ja. Und der Typ bleibt einfach da stehen und denkt sich so... Ja, passiert ja eh nicht so, wie der Ring da durchzieht. Alter! Risky Typ, der Typ. Der traut sich was. Kann ich eigentlich... Ich darf das berühren, okay. Könnte ich... Ich könnte mich wieder hochschummeln. Wir schummeln uns aber hier mal nicht hoch, ausnahmsweise. Wir... Wir gehen den regulären Weg. Hier die beiden Säulen an den Seiten eignen sich eigentlich... Eigentlich prima zum... Hochschummeln, sag ich mal. Aber wir müssen nicht immer schummeln sein. So. Ist schick. Gefällt mir. Erinnert mich so ein bisschen an Spongebob. Und zwar der Film, das Spiel. Da gab es mit Patrick. Patrick hatte man auch so welche komischen Gebiete, wo man mit Jump'n'Runs durch musste. Da kamen so... Ich glaube, das waren generell immer Würfel in allem Formen. Und da musste man halt durch so welche Jump'n'Runs und dann... Sollte man nicht runterfallen. Beziehungsweise konnte es schon runterfallen. Man hat aber ein Zeitlimit und das war nicht gut. Jetzt frage ich mich mal gerade, was mit der Kamera ist. Ob wir... Oh, guck einer an. Wir kriegen sogar Bilder davon. Wie schön. Wir müssen noch die Biene fotografieren. Die Schnecke. Die Schildkröte. Diese komischen Krabbelfiecher von der Wand. Die Piedermäuse. Die Schlange haben wir. Irgend so ein komisches... Wuschelfieh. Keine Ahnung. Den haben wir. Achso. Ach, das sind die Bewohner. Schön. Die Bewohner. Irgendein Vogel. Einen dickeren Vogel. Einen Oktopus. Ist das überhaupt der Oktopus? Ich weiß es nicht. Das sieht nicht aus wie der Oktopus. Deswegen. Mich irritiert halt dieses Blooper-Gestirn-Dinge da oben. Deswegen. Der große Eimerhelm. Den erkenne ich zum Beispiel. Das sieht aus wie ein großer Maulwurf. Da habe ich so ein bisschen Respekt vor. Weil ich nicht weiß, was mich da erwartet. Und so ein Eisengolem. Oder Steingolem. Oder was auch immer. So. Wir haben schon acht Orte in den sinkenden Sanden gefunden. Das ist gut. Das ist echt gut. Das gefällt mir. Und noch keine Fossilien. Das ist weniger gut. Und uns fehlt noch ein Item. Können wir es uns leisten? Ach, der Kompass fehlt nur noch. Ja, aber wenn das so ist, kaufen wir. So. Kompass ist übrigens sehr praktisch. Wenn wir mal hier rumscrollen würden. Da haben wir ihn. Dann taucht unten so eine Leiste auf. Die können wir auch durchgehend eigentlich anlassen. Das macht keinen Unterschied. Dann sehen wir zum Beispiel, da ist der Osten. Ist jetzt gerade nicht unbedingt so wichtig. Wichtiger ist eher der Punkt, dass wir halt Leute sehen. Wenn zum Beispiel das Mädchen hier ist. Also wir sehen den Typen zum Beispiel. Wir sehen, dass das Mädchen irgendwo ist. Das Mädchen ist übrigens an der Stelle mal erwähnt. Ganz oben drauf. Das können wir eigentlich mal kurz ansprechen. Ich glaube, dann kommt das Mädchen da runter. Das wäre dann doch schon eher praktisch. Hallo, junge Dame. Ach, verfext. Ihr habt mich gefunden. Ich bin auf euer Schiff gesprungen, bevor ihr den Wald verlassen habt. Ich will auch ein Abenteuer erleben. Wie auch immer. Da wir jetzt zusammen auf Abenteuer gehen, kann ich dir wohl ein paar Tipps und Tricks geben, wie man ein großer Forscher wird. Ihr werdet froh sein, dass ich dabei bin. Ja. Also das Einzige, was sie uns machen wird, ist übrigens, können wir mal hier zeigen. Das sieht man jetzt hier noch nicht. Also wir sehen hier, was wir für Medaillons alles kriegen können. Wir können noch für goldene Zeilenräder eine ganze Menge kriegen. Wir können für Otto und Fisilien noch ein paar kriegen. Aber an der Stelle nochmal erwähnt, wir kriegen auch von ihr zehn Medaillons. Nämlich für zehn Spieleaufgaben, spielinterne Aufgaben. Finde ich eine lustige Idee. Okay, was es damit auf sich hat, sehen wir demnächst mal. Aber heute nicht. An heutiger Stelle möchte ich gerne den Part beenden. Wenn es okay ist. Wenn ihr nichts dagegen habt. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Reinschalten. Leute, und wir gehen mal kurz in das Outtake-Ding, was ich immer am Ende mache. Viel Spaß. Maser, erzähl ihnen, wie der Part war. Ja, Vergangenheits-Maser. Tolles Ende. Hast du toll gemacht. Super Applaus. Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Oben links ist der letzte Part. Und links ist die Playlist. Habt noch einen schönen Tag. Bewertet den Part und Maser la Vista, Baby.